Schaut euch das an, ich habe keine Zeit. Wir haben viel zu viel Geschwindigkeit gefunden. Schaut euch das an, wie viel Geschwindigkeit ich verloren habe. Nur durch diesen kleinen Kuss mit der Mauer. Für jeden Fall Beschleunigungskraft dieses Wagen ist sehr gut. Wow, Alta entscheide ich für eine Linie. Er konnte sich einfach nicht entscheiden. Ich habe jetzt wieder mal eine falsche Kuh genommen. Und mal untereinander kommen sie gut aus. Die lieben Leute. Die lieben Leute. Ich dachte mir, der letzte Checkpoint muss ja ein ganz kurzer sein. Die Geschwindigkeitsverluste geben mir sowas von auf den Zeiger. Das ist unglaublich scheiße mit diesem Lamborghini. Ich dachte, das mit dem Pagani sei ja schon schlimm. Aber das hier, das ist ja eine ganz andere Dimension. Das ist nochmal was ganz Neues. Ich kann berühmt mal ein bisschen die Mauer. Da bremst er auf 200 Kama runter. Und noch mehr. Also noch weniger. Und noch weniger Kama. Ah, beziehungsweise er bremst noch mehr Kama. Oh, voll am. Das sieht doch schon viel besser aus. Ah, beziehungsweise er ist mir das vollkommen egal. Oh, voll am. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Damit habe ich die Kontrollpunkte schon mal abgeschlossen. Ich habe zwar immer zwei Versuche gebraucht, aber immerhin, es hat gerecht. Gut, also Kontrollpunkte abgeschlossen. Flucht jetzt. Ich weiss natürlich nicht, wie schnell ich fliehen muss, aber Flucht lief bislang eigentlich nie sonderlich schlecht. Außer es kam gerade ein Heli. Dann natürlich schon. Achtung, rufe alle SH-Einheiten. Einheiten melden hochgeschwindigkeitsverfolgung eines Fahrzeugs. Momentan in Richtung Süd, ist der Trivino erfüllen. Scheibe Kabel auf, bitte warten. Da ist ein Alarmrufe oder auf vier erhöht. Wenn da noch ein paar durchkommen konnten, weiß ich nicht. Wirklich nicht. Einheiten melden hochgeschwindigkeitsverfolgen. Einheiten melden hochgeschwindigkeitsverfolgung. Was hat sich nur für Päschi? Meine Güte, ich habe das doch aktiviert, ich könnte wieder ausweichen. Ein grosses Baugerüst eingestürzt. Überall fallen Trümmer runter. Passwortfolge, Reifen auf! Was ist jetzt nicht wirklich fair? Ich melde mich wieder, wenn er langsamer wird. Das Auto handelt sich wie eine Brezi. Ich könnte noch diese Scheiß-Sperre aufbauen. Kontext ist außer Sichtweite. Warte dich durch ihn. Unterstützungseinheit, Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet, unterwegs nach West. Korrigiere nach Norden auf dem Eastside Boulevard. Einsatzleitung bestätigt Absparung des Sektors. Sie sind dabei. Positionen erscheinen gleich aus dem Bildschirm. Gewonnen. Sachschaden... Dominanz 40 Sekunden! Wäre schon irgendwie möglich. Müsste schon möglich sein. Das Problem ist einfach, ich müsste sie relativ schnell abschütteln. Achtung, Streiteneinheiten. Einige Kollegen versuchen, einen aggressiven Fahrer zu stoppen. Hohes Unfallrisiko. Okay, alle verfügbaren Einheiteneinsätze mit der Priorität abbrechen und bereithalten. Funktionale bestätigt auf THC-Kanal. An alle! Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrsrichtung Norden. Wiederhole, Fahrsrichtung Norden auf dem River Freeway. Einsatzleitung, erbiss es irgendwie jetzt die Sperrung des Sektors. Äh, der Verdächtige muss sich irgendwo verstecken. Einheiten bleiben, ist auch weiteres auf Code 6. Geht doch. Ja, das war extremst knapp hier. Das hat der Typ wohl offenbar nicht gemacht. Mit einem BMW M6. Eine Flucht. Okay. Versuchen wir das mal. Wir haben die Verfolgung eines Code 6 Fahrzeuges aufgenommen. Beschreibung und praktisch sind hier auf eurem Bildschirm. Einsatz wird auf Kanal 1 geleitet. Im Verdächtiger fährt ein schwarzer Bier. Aaaaah! Der Verdächtige wurde zuletzt... Alter, fang gut rein! Ach komm schon! Wir versuchen sich unseren Kollegen zu erinnern. Unterricht in das in der Richtung. Auf der Dorf in der 6. Wiederhole. Dorf in der 6. Eingangs wird koordiniert auf Kanal 4. Sieben Gänge wieder. Sieben Gänge. Nö. Oh! Alle Einheiten haben den Lichtkontakt ver دuch. Kaffung ist gecrashed, einmal nach hinten um die Grenzenlage. Bis auf einen, zwei ausgeschaltet werden. Leider nur zwei. Mann, hat der ein Glück! Mann, hat der ein Glück! Mann, haben die ein Glück! Jetzt hau endlich ab! Mann! Mann, ich sehe dann vielleicht, wie es die dominante Zeit ist. 54 Sekunden, okay. Mal schauen, vielleicht kann ich das das letzte Mal abhängen. Aber es ist auch schwierig auf der Autobahn. Hau endlich ab! Ja, das war jetzt absolut für die Katz. Das war jetzt ein ganz schlechter Versuch. Was habe ich mir überhaupt gedacht? Ich bin nicht dabei. Wir erscheinen einfach dort, wo ich durchfahre. Also von dem her... Eigentlich egal, wo ich durchfahre. Wir haben noch mehr Einheiten. Alle verbrückbaren Einheiten an meiner Position. Okay, 10-4. Weitere Bodeneinheiten wurden gerufen und sind unterwegs. Verfolger-Einheiten, es gibt ein Status-Update. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung. Auf der westen I-85. Einwärtsleitung ermittelt Absperrung auf das unmittelbare Zielgebiet sowie westlich der letztens bekannten Fahrsrichtung. Auf weiteres ist Fusswärts. So, das wird reichen. Das reicht. Dominanz. Meist gesucht. Ja, sehr gut. Auf zum nächsten Event. Ob das ich dafür immer zwei Mal brauche. Erst jedes Mal beim zweiten Mal funktioniert es. Okay. McLaren F1. Das ist aber komisch. Das hat er offenbar nicht gemacht, aber das hier schon. Hä? Komisch. Vielleicht hat da das PSN nicht funktioniert. Posziplinär. Was in den ZDF für einen? Oh, das? Das war die Bauteilheit. Das war's von mir. Oh, ich dachte. Das war's von mir. Oh, das war's von mir. Ach, sie haben mich gefunden, scheiße. So, da sollte ich den großen Teil aufhalten. Um nicht zu sagen, alle. Verdammt! Ach nee, Helikopter, das ist nicht fair. Da kann ich sowieso nicht denn kommen. Okay, ich fang neu an. Wenn da so ein Helikopter kommt, kann ich sowieso nichts mehr machen. Dann kann ich es gleich vergessen. Ich glaube, es geht nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich habe zwar ein bisschen länger gebraucht, aber es hat funktioniert. Und der Fluch bleibt einfach immer erst beim zweiten Mal bzw. dritten Mal, aber nie beim ersten Mal. Highway Battle Mazda X7 Ja, ja, Highway Battle. Da war ich ja nie wirklich gut. Ich bin jedes Mal eigentlich geschlagen worden, außer der Kerl hat einen Unfall gebaut. Rx7 gegen Rx7. Okay. Oh, das ist ein Supra. Das scheint ein Supra zu sein. Ah, das fängt schon an. Das fängt schon an. Ich habe mich gar nicht mal richtig einwärmen können und der ist schon davon gefahren. Na, irgendwas musste ich machen. Aber ich mache mich auch keine. Z restaurants. Drittel Dampf. Drittel Dampf. Drittel Dampf. Drittel. Drittel Dampf. Drittel Dampf. Drittel Dampf. Ich habe keine Chance, generell sind die Gegner immer schneller als ich.